die hall of shame die schlechtesten steam spiele die es gibt seit 2017 und ich habe es mir zur aufgabe gemacht diese mit euch anzuschauen und anzuspielen um eine krise zu kriegen wie spaß mit dem video einen wunderschönen meine sehnlosen fallstückchen wie ihr gerade im intro gesehen habt es gibt tatsächlich eine liste mit den schlechtesten spiel er war auf steam seit 2017 und das ist eins der ersten the four sins ist ein multiplayer puzzle game in horror atmosphere und größtenteils negativ von 3242 bewertungen es wird bestimmt geisteskrank ich würde sagen wir gehen da jetzt einfach mal rein und schauen was passiert alter ist das laut ja gut ach so ja ja wusste ich also ist doch alles klar ist und Hm? Also ich kann auch gerade und möchte auch gar nicht viel dazu sagen, aber wie wir sehen, ist hier eine Frau und ich habe gerade wohl noch entdeckt, dass das so eine Art Puzzle-Game ist, Chat wollte ich schon wieder sagen, nein, wo ihr euch in Objekte verwandeln könnt, wie zum Beispiel diese, dieser, dieser Spaten, ich wusste nicht, was das heißt wegen Spaten, und dann musst du dich hier verstecken und die Dame, die gerade hier mit dem Besen, was auch immer rumgerätzt, und es muss dann einen entdecken und das ist halt dieses geisteskranke Horrorspiel und die sucht wohl gerade auch, es ist schön, dass das auch original gar nicht in Englisch gibt oder sonstiges und das Springen und über die Mauern gleiten ist halt anscheinend auch gar kein Problem, es ist schön, das so mitzubekommen, auch jetzt einfach mal aus der Vogelperspektive, beziehungsweise aus dem Beobachtungsmodus einfach mal dieses wunderschöne Spiel sich anzuschauen. So, jetzt macht die Feuerballen, anscheinend spielen die zu zweit, ähm, ja, das ist ja wieder der Wahnsinn, also ich verstehe gar nicht, warum das so schlecht bewertet wurde. Haben sie nicht geschafft anscheinend, so würde ich das jetzt verstehen. Der Sound ist auch krass, also die Musik hinterlegt ist von mir tatsächlich, nicht vom Spiel, du hörst hier rein gar nichts. Gar nichts. So, und jetzt muss ich wo suchen. In 20 Sekunden. Das ist ja der Wahnsinn. Moin Freund, was geht ab? So, okay, alles klar, wir gehen rein. Oh. So, wir machen das mal hier ordentlich. Weil die können ja überall sein. Geht die Tür auf? Nein. Okay. Mhm. Ja, ist krass. Also, Spielspaß ist auch da. Ich hoffe, ich erwische gleich noch eine Runde, wo ich mich selber als irgendwas verkleiden kann. Oder verstecken kann. Es könnte halt, es könnte alles sein. So, wisst ihr, hier ein Teller. So, aber irgendwie. Irgendwas habe ich getroffen. Irgendwas ist passiert hier. Ich habe einen gefunden. Ich bin der Meister. Ja. Sehr schön. Perfekt. Läuft auch gut. So, mein Mate hat noch nichts gemacht. Das bin ich ja auch im Real Life gewohnt. Oder mit den Kollegen, mit denen ich zocke. Die erreichen halt auch nie was. Ich muss ja immer die im Rucksack packen. Ist auch okay. Oh, was ist denn hier passiert nur? Ja, ist auch gar kein nerviges Geräusch oder so. Ist total entspannt. Also, ich könnte das stundenlang mit euch spielen. Sollen wir es mal als Community-Game spielen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil das ist ja was Fantastisches. Das ist ja... Also, zu zweit in diesem riesigen, äh, was auch immer. Oh, mein Freund. Dich habe ich. Es war... Ich habe es gesehen. Ihr habt es auch gesehen. Ja, ich bin drin jetzt. E-Sport. Wo ist er hin? Ich höre was. Was ist hier? Was ist hier? Unsichtbare Wand. Hier kommst du nicht weiter. Perfekt. Wo ist er hin? Wir hatten ihn gesehen. Hier durch die Gasse. Oh, er schlägt was. Er hat was gefunden, meinen Teammate. Sehr geil. Das ist ja der Shit. Hast ihn verloren. Au! Was ist das? Mann! Digga, das ist das Spiel. Das ist heftig. Wirklich. Es ist ja... Das ist ja Scam. Also, Trailer etc. Also, nee. Heilige Scheiße. Ich glaube, es gibt so einen Modus auch in COD oder sowas, ne? Da war doch was, oder? Da war doch was. Da war doch was. Ich habe doch was gesehen. Momentchen. Ha! Den nächsten erwischt. Glaube ich. Ich denke, dass ich das richtig mache. Ich habe 155 Leben auch, weil ich mich daran labe. Yeah, yeah, yeah. Äh, ein Ticket bitte. Danke. So, ich habe zwei. Einer fehlt noch. Einer ist noch am Leben. Irgendwo. Wir haben es geschafft! Oh, yeah. Oh, scheiße. Egal, wir gehen nochmal rein. Nee, ich will mich jetzt auch mal verstecken. Bitte. Nee, ich will keinen einladen. Oh, ich würde mich super gerne auch mal verstecken. Weil das ist ja das Highlight, denke ich. Es ist ja... Also, Kaufempfehlung ist auf jeden Fall raus. Das ist ja... Fantastisch. Also, eins der wirklich meist... Schlecht bewertesten Spiele auf Steam. Das ist schon heftig. Das muss man erst mal schaffen. Ich denke, das ist so der koreanische Raum. Ähm. Ja, ist denn noch einer hier? Oder... Kann auch sein, dass die mich die ganze Zeit hören. Ist mir aber relativ egal. Sind sie alle weg? Die Zeit läuft nicht mehr ab. Ich glaube... Mann, jetzt können wir die bessere Seite auch einfach nicht mehr sehen. Ich bin so enttäuscht gerade. Mann, ich hätte so viel... Das Geld würde ich auch gerne einfach genießen können. Aber es scheint wohl nicht so sein zu sollen. Meine lieben Damen und Herren, das war somit eins der schlechtesten Spiele auf ganz Steam. Wenn euch das vom Markt gefällt, bitte schreibt es in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Weil da werde ich ab und zu jetzt so ein Video raushauen. Ähm, die Regelmäßigkeit ist gerade ein bisschen schwieriger, weil halt auch armer RP läuft, etc. Folgt mir gerne auf Insta, TikTok, etc. Twitch ganz besonders, weil da gibt es immer die bessere Action. Und ich danke euch fürs Zusehen. Euer Herr Seelenlos. Und danke für den grausamen Fakt hier an Spielen. Bye, bye. Auf Wiedersehen.